In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da, dank dir bin ich... Guten Morgen, liebe Lieben. Lassen wir deine Idee, ja? Hau mal. Egal, so ist ihr mit mir. Wir sind jetzt mit meinem großen Pickel auf dem Weg. Schatz, guck mal, der ist gar nichts übersehen. In der Kamera sieht der voll groß aus. Genau, wir sind auf dem Weg zum Frühstück. Wir haben hier noch Müll. Ja, dann nimm mir die erste. Das ist schon mal, das ist schon. Jetzt müssen wir viel aufzubauen. Wie ist immer das Licht aus? Ich weiß gar nicht warum. Und ja, ist zu. Also, wir haben jetzt 8.38 Uhr. Okay, ihr müsst mal sehen, wie wir die Türe kontrollieren jedes Mal. Hallo. Ja. Ist jeder gegenüber runter? Wo ist denn? Baba, nicht. Nicht. Hey Leute, wir waren gestern Nacht um 1.30 Uhr nach. Konnten nicht mehr schlafen. Sind dann um 2.30 Uhr, glaube ich, eingeschlafen, oder 3 Uhr? Nein. Ich bin halbe Stunde, eine Stunde, oder so. Und hab wieder eingeschlafen bis jetzt. Ja, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr. Und danach? Hm, wir müssen runter... Nein, nein, wir müssen runter, Lena. Jetzt kannst du mir gehen. Kannst du mir runter? Ja, du kannst es dir festlegen. Entschuldigung, wir sind jetzt hier. Dann hab ich um 8.00 Uhr mein Wecker bestellt. Und wir konnten gar nicht aufstehen. Und wir sind dann auf. Weil wir wollen eigentlich keine Sekunde verpassen. Lena, oder? Jetzt geht's erstmal frühstücken. Ich bin mal gespannt, was es heute gibt. Weil wir sind jetzt bei dem Frühfrühstücken, nicht beim Spätfrühstücken. Komm, Lena. Komm. Essen. Es ist aber angenehm warm, ne? Ey, die hat heute voll in mein Gesicht gepupst, ne? Als ich ihr Ding... Wir haben jetzt gefrühstückt. Ich wollte euch mal unseren Ausblick zeigen. Also hier ist das Ding, wie nennt man das? Pool, das ist hier die Poolbar. Die Bar macht um 10 Uhr auf. Und dann kann man da Getränke nehmen. Und da gibt's dann alle Getränke, Cocktails, Bier, Tracke und so weiter und so fort. Und das ist unsere Aussicht. Da sind schon einige am Schwimmen, wie man sieht. Und dieser Bräuch gehört auch zu uns. Da muss man die Treppen runter. Da kann man sich dann sonnen, schwimmen. Und schaut mal diese Aussicht. Und da sind die Berge. Richtig schön. Ne, Schatzi? Da ist dann auch ein Pool. Lina, nicht da runter gucken. Piccadette, du schaust sie? Nein. Sehr, sehr schön. Und da ist eine Bühne für Anima-Föl. Es gab aber bis heute keine. Gestern gab's keine. Schöne, ne? Die sind am Schwimmen. Und da ist ein Wasser. Guck mal da. Da, guck mal. Wir waren auch da drauf. Aber mit Lina ist das echt gefährlich. Na, nicht da drauf. Nicht da drauf. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Also, eine Bada-Speration alle. Und gehen jetzt auch auf den Boden. Der Ruhmservice war hier übrigens. Und Lina nimmt jetzt Katzenfutter mit. Weil hier die ganze Zeit Katzen rumrennen. Lina will die dann füttern. Ne, Linosch? Ne, Mama. Sie hat auch gestern ein Adana. Was war das, was ihr da der Katze gegeben habt? Die Katze hat mehr Adana als ich gegessen. Naja, Hauptsache, die hat keinen Durchfall. Genau, wir melden uns dann, wenn wir wieder zurück sind. So, ihr Lieben, wir sind jetzt draußen. Haben uns fertig gemacht. Schatz, guck mal. Hier gibt es Küneffe und so. Und Getränke. Und Lina kann ja rutschen. Aber hier musst du abends hinkommen. Die Rutsche ist jetzt so heiß. Ja, wir haben uns ein paar Getränke geholt. Die Leute, im Hotel kostet ein Eis, zehn Liter. Wir waren gerade in einem Kiosk, da haben wir für das gleiche Eis ein Liter bezahlt. Krass, oder? Richtig asozial. Wir haben jetzt für Red Bull, für das Wasser und ein Eis, elf Liter bezahlt. Und nur der Red Bull hat sieben Liter bezahlt. Tja. Nehm ich ja, ne? Tja. Hühnst du nicht? Hühn. Willst du trinken? Wir gehen später hin, um den Spielplatz, ja? Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall spazieren. Ne? Ne, Schatz. Und hier sind echt schöne Läden. Ach, hier kann jeder hin. Die Trippenhausen, Leute. Alter. Also die Leute hier, ne? Die Leute fahren echt so behindert, dass du Angst bekommst. Und hier sind überall so Knöpfe, da drückst du drauf und dann kommen die Taxis hierhin, voll geil. Oh Gott, das musst du extra anrufen. Guck mal, du gehst da runter und dann kannst du da schwimmen. Das war die Stelle, wo du meintest, ich will da hin. Ne? Wir sind jetzt in irgendeinem Park angekommen und Leute, schaut mal. Keine Sorge. Haut, ihr passt auf. Schaut mal, wie geil. Das sieht einfach unendlich aus. Nein, auch, das hört nie auf. Nein, auch, das hört nie auf. I feel them within your eyes, I'm judging but disappointed I'm not the one I used to be, got someone else infusing me Say, is this when I gave or I gave up? It's like I know what to say, but something's getting in the way This person that you so admire, now we're stuck in such a bad attire It's like I know what to say, but something's getting in the way It's like I know what to say, but something's getting in the way Oh my god, she's gonna have it Oh my god, she's gonna have it Yeah Going hard for my fam, now I'm headed back with the prophet Yeah Always one step ahead, but I can't seem to feel a moment I'll be picking So this is my goland, Latina Yeah So, Lina spielt jetzt hier, wir zahlen jetzt für 30 Minuten 15 TL. Lina, das ist leer. Lina, das ist leer. Lina, das ist leer. Das ist leer. Lina, das ist leer. Ach, willst du aufstehen? Ja. Wir sind jetzt wieder im Hotel, wir haben auch Burger gegessen, die kann man sich dann selbst zusammenstellen und danach haben wir ein bisschen getrunken und jetzt haben wir uns wieder mal fertig gemacht und gehen schwimmen. Oh, meine Liebe, hier sehr, sehr warm, ja. Sehr, sehr schön, das Hotel. Unser Kühlschrank ist kaputt und gerade ist ein Mann gekommen innerhalb fünf Minuten und hat das sofort repariert. Also Top-Dienstleistung, würde ich mal sagen, ne? Genau. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt raus. Ich habe Lina in den Kinderwagen gepackt, weil ich nicht weiß, wie lange sie jetzt schlafen wird und, oh, dann meinte ich, sie soll runter, es ist langweilig. Da stehen wir jetzt nur noch meine Brille und dann, I am ready to go. Das Problem ist, ich kann hier nicht lüften, wenn wir nicht da sind, weil wir ganz unten sind und ich habe Angst, dass jemand reinkommt oder so. Deswegen muss ich hier unsere Fenster zumachen, weil es ist ja nicht schlimm. Das ist übrigens mein Outfit. Sieht man mich überhaupt? Ja, hier ist gar kein Licht. Einfach diese kurze Hose mit dem Top. Ich bin auch ein bisschen braun geworden, sieht man, oder? Da freue ich mich schon. Ja, Lina liegt hier. Sie hat jetzt einen Ding unter dem Kopf und wir waren halt bei Starbucks, Leute. Eistee, lecker. Und es ist immer noch kalt. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall runter. Mein Handy habe ich auch. Ich habe übrigens... Ich mache hier einen Haul, was ich alles gekauft habe. Bis jetzt habe ich nur eine Schwangerschaftsmittose gekauft. So bequem. Kostet 16,90 TL. Das sind ungerechnet 3, 4 Euro, mein Torwert. Keine Ahnung. Ihr könnt es dir selber ausrechnen. Wird halt durch 5. Momentan sogar 5,3. Aber wir haben halt unser Geld mit 5 bekommen. Übrigens hat uns heute, wobei ein Aufzug, da ist ein Mädchen zu uns gekommen und meinte, ihr seid doch YouTuber, oder? Also eine Mitarbeiterin. Ich weiß nicht, woher ihr das weiß. So, ich gehe jetzt mal raus und dann melde ich mich gleich bei euch. Und jetzt endlich nicht. Oh, endlich. So, wir chillen jetzt hier. Lina ist jetzt aufgewacht. Wir haben jetzt 18.30 Uhr und in einer halben Stunde gibt es Essen. Ich glaube, es gibt wieder dieses türkische Essen, was es gestern gab. Also Adana und Skikhefte und so. Aber das Skikhefte ist leider mit Hackfleisch rum, Hackfleisch, deswegen kann ich das nicht essen. Wille, Mousi. Sollst du am Schlafen? Hm? Oh, Lina ist heute so volle Kanne nach hinten auf den Kopf gefallen. Sie ist voll ausgerutscht. Jetzt fängt auf eine Aue, ihr habt den Winne. Ja. Ja. Oh, bye. 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 Wie sagt er mal, ihr Nagel hat Spike gerade. Boah. Boah. Hier im Menschen. Papa. Ah, Papa. Ja, steck in meine Nase rein. Ja, steck in meine Nase rein. Baba, du steckst in meine Nase rein. Jetzt geht die zu sich. Hadi, gib öpp. Hadi, bye. 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 Nein, hier musst du ihn raus. Nein, hier musst du ihn raus. Nein, da. In dem obgedrehten Punkt. Ja. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Wir haben auch Abend gegessen. Es gab heute, äh, äh, ähm, mit welches Hähnchen und alles Wirkliche. Ja. Mh. Wir haben, wir haben heute auch, äh, ein bisschen, wir wollten ihr Geld spenden an eine Familie, die nicht so viel hat. Und wir haben hier eine Reinigungsfrau gesehen, die ist körperlich eingeschränkt ein bisschen. Wir haben hier ein bisschen gegeben. Also für die türkischen Verhältnisse haben wir hier viel gegeben. Und ein Paar, was heiratet, den haben wir auch eine Menge gegeben. Ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Person. Und die haben wir auch eingeladen, dass wir jetzt was trinken gehen. Die haben um 9 Uhr frei. Und wir haben jetzt, wieviel Uhr? 20.20 Uhr, die kommen dann da vorbei, wenn wir sind. Ja. Ansonsten gibt's eigentlich nichts. Ähm. Wie gesagt, ich hab mich fertig gemacht. Ich werde jetzt auch länger, damit ich sie anziehen kann. Ich hab meine Hose an. Wie lange? Weil das draußen ein bisschen kühler geworden ist. Und, ja. Ich würd sagen, ich mach einfach mit. Und wir fühlen uns sehr, sehr gut. Weil wir drei Leuten geholfen haben, ja. Ja. Putzt deine Zehn, dann gehen wir, ja. Dina sieht übrigens so aus momentan. I'm ready to do whatever. If you take me. Leute, schaut mal. Wir haben hier eine kleine süße Katze. Und da ist noch eine. Die sind noch neu geboren. Die wartet noch da? Ja, die wartet. Ja. So süß. Die sind noch mini. Mini klein. Mini. Gigi hat ein paar Sachen gemacht. Die Katze musste ihre Mutter. Ja, guck mal wie klein. Nein, du kannst nicht beide haben. Nur eins. Alle mit Knete beschäftigt. Oh, der wollte ich hier schon schauen. Gestern Morgen sind wir eingeschlappen. Und ich finde, das ist so schön. Und hier ist so eine schöne Stimmung. Schutze. 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 Oh, die nassen Augen. Wir sind gerade nach Hause gekommen, und hier ist voll Party draußen. Geil. Scheiße, geil, Alter. Boah, Schatz, du hast das Klima angemacht, ne? Nein, lass uns. Es wird kalt, Mann. Wir werden jetzt rausgehen, Mann. Oh, dann war das Kacken. Oh, Mann. Schatz, meinst du, wacht sie auf? Wenn sie aufwacht, meinst du, tanzt sie? Scheiße, hätten wir für sie auch Stöpsel gekauft. Ich wusste gar nicht, dass hier so viel Party abgeht. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich dachte, hier ist ein Familienhotel. Im Italien steht Familienhotel. Einmal die Brille aufsetzen und meine Haare nach hinten gehen. Leute, die Shisha-Bar war richtig schön. Die waren so freundlich. Die sind direkt gekommen, haben mit Lena Knete gespielt. Also, die Knete ist echt ein Lebensräter. Wenn ihr ein Kind habt, dann nehmt Knete mit. Ne, Schatz? Oh, der und ich meinten, beim nächsten Mal kaufen wir Lego. So. Jetzt nehmen wir ein Mäuschen da. Und wenn sie aufwacht, dann tanzt sie halt mit uns. Ne, Schatz? So, ihr, wir sind jetzt draußen und man hört die Musik. Ey, wenn ihr wüsstet, wie die Frauen hier tanzen, ne? Jetzt ist es voll laut. Es ist nichts los. Wir haben jetzt 0 Uhr. Das ist einmal Kartoffelsuppe. Deutschland lässt größen. Ne, ne, ne. Ich schaff schon auf, wo von Deutschland ist. Jetzt Kartoffelsuppe ist. Ah, heiß, heiß. Und das ist? Minesteronesuppe. Was ist das? Minesterone. Das ist einfach. Willst du nicht mal probieren? Brauchst du nicht, schmeckt auf jeden Fall. Wie Oh, der isst jetzt meine halbe Suppe auch noch auf. Der Herr hat so viel Hunger. Hier arbeitet ein Mann, der mischt sich überall ein. Der sagt, warum isst ihr jetzt? Denk mal, das Kind wacht auf. Jogt. Ich meine den aber nicht. Ich meine den. Ach so, das ist der Chef. Der redet so ekelhaft mit dem Mitarbeitern. Wenn der mein Chef wäre, hätte ich den so... Kopfschuss. So. Aber wisst ihr, was ich gut finde? Ich finde gut, dass er nicht neben den Kunden, neben den Gästen mit denen so redet. Weißt du noch unsere Chefs damals, neben den Gästen? Ha. Das ist ekelhaft. Sowas geht nicht, Leute. Also bei mir geht auf keinen Fall. Ich will nicht. Leute, schaut mal die Lichter. Da ist gerade ein Flugzeug, der fliegt runter, wenn ihr das Ding fährt. Schatz, da ist doch eine Moschee. Guck doch mit dem grünen Ding da. Was? Da ist doch eine Moschee. Siehst du? Hier sind die Klimaanlagen. Und hier sind mehrere Blöcke. Block A, B, C, D, E. Und wir sind bei E. Und hier ist die Bar wieder, wo wir gerade eben waren. Und gesungen und getanzt haben. Aber die Disco war doch nicht. So ihr Lieben, wir gehen jetzt aufs Zimmer. Wir haben euch halt echt gut mitgenommen, finde ich. Morgen geht es auf jeden Fall weiter. Aber da rein war der Glück. Guck mal, auf einmal passiert das Ding. Was war das? War ich zu schwer? Guck mal, voll geil. Man kann hier eintippen, dass der Zimmerservice kommen soll. Alter, das war doch heute Morgen sauber und noch neu. Ja? Haben wir das so schnell weggekommen. Ei, ei. Wir haben es ja gesagt, es reicht uns, wenn der Zimmerservice alle zwei Tage kommt. Und die wollen jeden Tag. Aber die ist natürlich trotzdem gekommen. Boah, Schatz, ist es kalt geworden, ne? Und jetzt haben wir gar keine Pyjamas mit. Schlau von uns, ne? Lina hat auch zwei Pyjamas, aber sie schläft jedes Mal mit ihrem Jogginganzug. Willst du einen Schlechstaden machen? Nein. So, guck mal, ich bin voll hell. Hello, how are you? Ich hab euch das Bad jetzt mal gezeigt, ne? Das ist so eine Glas Milchwand. Wenn ich mein, oh, der duscht, dann seh ich den. Guck mal, wie süß du mir schläft. Meine Engelchen. Die ist so katzenverrückt, Leute. Die hat so geweint. Hier waren drei Babykatzen. Das ist so süß. Sorry, Bruder. Bubi. So, ihr Lieben, ich würde euch sagen, wir verabschieden uns für heute und morgen vloggen wir dann weiter. Wir sind auch langsam müde, meine Beine tun weh. Deine auch, Schatz? Nö. Okay, ja, also, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.